hallo leute und willkommen hier bei me apple cat gute neuigkeiten für benutzer eines iphone 5s 6 oder 6 plus ja wir können uns freuen der uncover jailbreak ist jetzt auch für diese geräte hier verfügbar und ihr seht schon ich habe hier mein iphone 6 das ist das gerädchen das ich hier mit dem leuchtapfel umgebaut habe habt ihr vielleicht noch nicht gesehen schaut euch mal an coole sache auf jeden fall werden wir dort heute den jailbreak mal drauf packen und ich zeige euch noch kurz dass ich hier auch tatsächlich die neueste version drauf habe die unterstützt wird und das wäre ios 12.1.2 da unten kann man sehen das ist also die aktuellste version die hier vom jailbreak vom uncover jailbreak unterstützt wird von 12.0 bis 12.0 was ist denn hier los bis 12.1.2 und ja wer jetzt schon auf 12.1.3 oder 4 ist der kann noch downgraden allerdings nur auf 12.1.1 beta 3 denn die wird tatsächlich noch signiert wenn ihr wissen wollt wie das funktioniert ihr müsst im prinzip ich habe keine zeit um ein video zu machen ihr müsst im prinzip euch aus dem internet die 12.1.1 beta 3 runterladen googelt euch da zurecht da gibt seiten wo man die runterladen kann und dann müsst ihr die manuell über itunes installieren entweder am computer oder am mac und dann habt ihr 12.1.1 beta 3 und könnt den jailbreak machen und der geht jetzt hier folgendermaßen ich habe ihn noch nicht drauf ihr müsst erst einmal hier euch die tweakbox ab runterladen ich verlinke euch das dann geht hier auf install now und dann habt ihr die tweakbox app installiert ich gehe mal raus ich habe das hier schon gemacht ja das ist die hier die tweakbox und damit die funktioniert müsst ihr einmal kurz in die einstellungen rein gehen und dann geht ihr unter allgemein und scrollt ganz nach unten bei profile und geräteverwaltung und da findet ihr hier tweakbox app klickt darauf macht zustimmen oder genehmigen damit die app geöffnet werden kann und dann läuft das ganze schon und dann können wir hier tweakbox einmal öffnen und wir warten einen kleinen moment ab die wird jetzt hier geladen und dann kann es sein dass hier nochmal werbung kommt kommt jetzt keine dann gehen wir doch da ist sie ha wusste ich doch doch weg mit der werbung dann gehen wir hier oben einmal auf apps und gehen hier auf tweakbox apps und dann einmal ganz weit runter scrollen freunde noch weiter noch weiter noch weiter und dort finden wir hier den uncover jailbreak das ist er einmal draufklicken achte drauf version 3.0.0 b 40 ja das ist die richtige und das installieren wir jetzt mal einmal auf install gehen und dann sollte hier gleich ein pop-up kommen da haben wir es einmal installieren und da kann ich ja auch schon rausgehen und wir sollten sehen dass hier auf dem homescreen raus auch schon installiert wird da unten seht ihr es es wird geladen warten wir einen kleinen moment mal ab wenn ihr noch ein gerät habt was neuer ist das könnt ihr natürlich auch hier mit dem uncover jailbreak jailbreak allerdings noch nicht das 10s und das 10s max für die ist der uncover jailbreak hier noch nicht verfügbar so wenn ich jetzt mal versuche den zu öffnen dann ja nicht vertrauter entwickler also genau das gleiche habt ihr wohl eben schon bei tweakbox gesehen auch da noch mal in die einstellungen rein hoppeln unter allgemein und profile geräte verwaltung und dann habe ich hier einen neuen ist er das nee das war er nicht ist er das nee das war er nicht ist er das ja das ist er und dann klicke ich da einfach nur drauf sage vertrauen genau dasselbe macht ihr bei der tweakbox app und dann kann ich den uncover jailbreak hier öffnen oder die app dazu so sieht das ganze aus ihr seht hier kann man sogar 11.0 bis 12.1.2 jailbreak und auch die 12 1 1 beta 3 alles was wir tun müssen ist im prinzip hier auf jailbreak gehen aber ich mache jetzt hier noch eine sache zur sicherheit ihr seht ich habe hier so eine kleine mitteilung drin und wenn ich da mal rauf gehe in die einstellungen und gehe dann unter allgemein und das software update seht ihr dass hier schon 12 1 4 bei mir geladen wurde das ist im prinzip nicht schlecht oder nicht schlimm kann aber dazu führen dass hier eventuell was hängen bleibt deswegen gehe ich hier mal auf meinen iphone speicher und werde dieses heruntergeladene update erst noch mal löschen so suchen wir uns das mal raus da haben wir es hier 12 1 4 520 megabyte groß draufklicken update löschen löschen so und weg ist es wunderbar also legen wir los hier uncover ich tippe einmal auf jailbreak und dann seht ihr seht ihr dass ihr die exploits anfangen zu laufen und es schmiert erst einmal ab und das gerät startet neu ist aber völlig in ordnung völlig normal mittlerweile weiß ich dass man das dreimal machen muss also ihr müsst dreimal hier diesen jailbreak prozess anstoßen damit hier die ganzen exploits auch funktionieren und richtig ausgeführt werden können also machen wir es gleich nochmal so zweiter durchgang jailbreak und weiter geht's man 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 das war jetzt doch schwieriger als gedacht aber es hat funktioniert ihr seht ich habe hier den studio store installiert bekommen und der jailbreak wurde erfolgreich durchgeführt aber ich habe jetzt hier ungelogen zehnmal das ganze machen müssen statt nur dreimal wie versprochen da ich immer wieder eine fehlermeldung bekommen habe also immer hier am ball bleiben auch wenn ihr probleme habt immer wieder jailbreak in jailbreak in jailbreak in ja habt ausdauer freunde im endeffekt funktioniert es dann irgendwann doch und ihr habt auch auf eurem iphone 5s 6 oder 6 plus den studio jailbreak mit massig auswahl an den verschiedensten tweaks wenn ihr die noch nicht kennt und ihr wollt mal sehen was so alles schon kompatibel ist ich verlinke euch das hier oben oder auch hier unten in der video beschreibung da habe ich schon einige vorgestellt in den videos schaut euch an pickt euch das beste für euch raus und habt viel spaß mit eurem ios 12 jailbreak so das soll es gewesen sein ich bedanke mich fürs zusehen freunde und sage tschüss bis zum nächsten mal macht's gut euer mir apple cat